kamera 1 herzlich willkommen zu einer kleinen runde rotter vor ragnarök heute weltenbaumwurzeln zu odins verdammten knoten gebunden so hat er das geschafft okay das ist also okay das ist der der an der unten an der wurzel sitzt jetzt bin ich ja gespannt was haben wir für möglichkeiten was haben wir für möglichkeiten keine schlagen aber mir ist irgendwie das muss doch irgendeine strategie geben ich muss an die wurzeln rankommen kann ich aber nur jetzt haben wir was okay okay warte mal es darf sich nicht im weltenriss verstecken aha okay aber wenn wir jetzt dieses vieh kaputt machen was an den wurzeln klappert da wird es doch richtig ärger geben noch mal irgendwann und nie wieso kommen das ist so bekannt vor nein alter 11 müssen im blauen ding abzuwehren ich muss an die wurzeln rankommen ja bleib mal entspannt ich habe mich ein einzeln drückt zweimal ja ja die war dahin wurzeln schaff ich schon quatsch anders ist sonst auch mal schon okay also martin letztes mal sagt das wäre besser dann streng dich mehr an der axt zu kämpfen das wird ja ganz schön aggressiv das vier ja ich bin nicht hingekriegt nein alter ich muss also auf jeden fall auf zorn umsteigen ich glaube nicht dass ich das ganze vieh kaputt machen muss das ist ja auch nicht möglich denke ich meine güte schütz dich selbst oder ist der schild nur dekoration meine ich wollte ich wollte das jetzt unterbrechen worden ist okay okay also das ist die rase natürlich erstmal alle ich habe es in diesem fall schnell beim nächsten mal bin ich näher dran ich habe früher am start du bist frei in bahnen ja aber es ist mehr wohl sie beschützt sie mit ihrem leben jetzt sind aber rasch habe ich keine versteckt sich irgendwo ja okay die schießt und im kronen treffe ich komme ich nicht mehr an die rand doch mal hier die haut ab ja ich die bäume kaputt machen irgendwie ich guck mal ganz kurz das war notwendig jetzt so albana herzlich willkommen immerhin weil die stimme immer gleich klingt okay das heißt die hilft mir irgendwie okay ich mache ich versuche also viele schwerer attacken zu machen wichtig nicht zu langsam gewesen guck mal bist du weit weg ich muss wenn der gelben kreis angriff macht muss ich das blocken und bei dem mal hier bei rase meine siegel können das geht mir im sack jetzt habe ich gedacht ich könnte das schnell mal mit den mit den mit den chaos klingen probieren diegel können deine angriffe verstärken so 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 bin ich doof oder was hat es was gebracht hat es was ja okay jetzt hat es nur noch drei balken der hat nicht mehr viel ich mache dich kaputt oder du mich einer geht hier auf jeden fall nicht lebend raus was muss ich tun okay noch lebt doch es ist schwach es hält nichts mehr lange so bringen wir es zu ende ja 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 bringen wir das mal zu ende ne wie denn jetzt verdammt nochmal guck an wir haben sie achsel macht ja so nein ich idiot ich idiot ich habe wieder mal eine falsche taste hier drücken ich habe mir ein siegel in den bauch geschossen du weißt was zu tun ist das hat geklappt das hat geklappt ja 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 das stimmt schildschlag das schild da hast recht habe ich ein bisschen zusammengebracht es geht wieder rein ich spreche alles durcheinander immer das muss aber an die wurzel wir müssen es an die wurzel lassen ich muss seine macht über mich brechen und du bist im weg leise riefer ab Ah! Die weint. Die weint. Freiheit! Ich will meine Freiheit! Ich will die Rose. Geschafft. Geschafft. Ich will die Rose. 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 Wo war es, der eine Misslitzweige geschlagen hat? Ich weiß, wie sie sich gefühlt hat. Ich vermute, an diesem Punkt vergebe ich dir oder töte dich. Wie entscheidest du? Ehrlich gesagt, bin ich zu keinem davon fähig. Es gibt einen Teil von mir, der ist so voll, voll Hass. Er wird es immer sein. Er wird immer hasserfüllt sein. Aber nein. Du bist nicht derjenige, der sterben muss. Das erkenne ich. Hör zu. Alles, was zwischen uns geschehen ist. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir. Nicht deswegen. Ich bereue nicht, dich gerettet zu haben. Das werde ich nie. Aber die Entscheidung zwischen Leben und Tod hätte die deine sein sollen. Ich hätte dir die Wahl nicht abnehmen dürfen. Wir sehen wie, guck mal, sein Gesicht oder wie krass das ist oder wie krass das aussieht. Guck mal, die Haut, wie die das gemacht haben, die Narbe unterm Auge. Die Nabel am Brustchor und der Klingel des Olymp. Wie schön das dargestellt ist. Das Amulett ist ein einzigartiger Gegenstand mit erweiterbaren Plätzen für Zauber. Das Amulett kann verbessert werden, um noch mehr Plätze freizuschalten. Amulett-Inventar ansehen. Meetguards Beständigkeit. Was kann man da machen? Okay, kann man da angelegt. Verbessern Sie das Amulett, um Zauberplätze freizulassen. Aber wir müssen ja erstmal Zauber einsammeln. Ganz kurz mal. Wir haben immer noch die Glanzrüstung und alles. Wir haben ein komplettes Set des Glanzes und das haben wir uns gegönnt. Das ist gut so. Da ich jetzt wieder, wie ich selbst bin, sollte ich mich meinem Bruder stellen. Und danach? Ich weiß es nicht. Es ist lange her, dass ich eine Wahl hatte. Das will ich einen Moment genießen. Levitat an Axel bei Verbessern. Also ich finde auch, ich muss wirklich sagen, die Story ist in allen God of War teilen. Also Leute, wenn man wirklich eine Netflix-Serie aus einem Spiel machen will. Wir haben ja nun die Fallout-Netflix-Serie. Also Amazon Prime-Serie. Aber Leute, warum gibt es nicht längst eine Serie dazu? Ehrlich mal. Du kannst hier so viel Geschichte erzählen. So viel Story. Es ist der absolute Wahnsinn. Da kannst du mindestens fünf Staffeln God of War-Serie machen. Aber absolut krass. Und das macht mir so einen Spaß, die Story zu erleben. Wirklich. Da bin ich voll bei dir, Albaner. Wie lange noch live? Ich denke mal noch 20 Minuten. 20, 25 Minuten noch. Dann gehe ich ein bisschen in die Sonne. Ja. Irgendwann müssen wir uns mal das ganze Wissen anschauen. Aus dem Kodex. Da ist ja so viel reingekommen. Da drüben. Wir können diesen Weg zurück zum Lager nehmen. Ich kann bei den Ranken helfen. Also ich muss sagen, das war aber ein schöner Kampf mit dem Drachen jetzt. Wir hatten gegen God of War 1. In God of War 2018 hat man ja auch schon mal gegen so einen Lindwurm gekämpft. Ah. Sie kann zaubern. Steck deine Klingen in die leuchtenden Ranken und zünde sie an. Ja, okay. Dein Bruder schien offen für deine Rückkehr. Ich bin sicher, er hätte nichts lieber, als dass alles wieder so wird, wie es war. Und die Verantwortung der Führung mir zu überlassen. Ich denke mal, ich werde die Woche nochmal online kommen. Donnerstag oder so abends. Aber guck mal, eine Stunde und 25 sind wir ja schon. Ist zwar kürzer als sonst, dann hast du recht. Aber so viel kürzer ist gar nicht als sonst. Ich freue mich, dass das mit der neuen Elgato so gut aussieht, dass das so gut passt hier. Das gefällt mir gut. Wie gesagt, heute habe ich ja hier die Box so eingebaut. Da habe ich mit meinem Sohn ein bisschen Need for Speed zocken an der Playstation. Das klingt dann richtig geil. Also richtig scharfer Motorsound. Schön, ne? Haben wir ja. Wer es macht, gleich mal nutzen. Herstellungskomponente. Ich muss doch mal gucken, wenn wir was Sachen herstellen können. Die Rüstung des Glanzes, die sieht schon ganz gut aus. So, hier liegt ein Stück Stein rum. Da können wir doch auf irgendwas gleich Steine schmeißen. Zum Beispiel auf die, die hier rumfliegen, auf die Typen. Siegelpfeile-Streuung. Schießen sie Siegelpfeile mit Viereck. Okay. Das ist ja ähnlich wie mit Atreus. Ich weiß gar nicht. Hier kann ich natürlich auch mal mit dem Schild. Oh. Oh, das war doof. Jetzt ist mir gerade das Ding hier abgebrannt. Oh, hallo, guck mal. Hallo, moin. Ne, bringt nichts. Na gut, okay. Doch, der brennt. Das bringt's schon, ne? Du setzt deine Wut effektiv ein. Nun, man lernt, das zu nutzen, was man hat. Da unten geht's durch. Wir gehen mal hier hoch. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, da wo der Pfeil ist, geht's weiter, oder? Ne, geht's nicht. Hier habe ich was abgebrannt, oder? Kann man hier langlaufen? Ne, ne? Kann ich nicht. Da muss ich jetzt hier unten durch. Okay. Ist wirklich schon sehr geil als Story-Spiel, muss man ruhig mal sagen. Es ist nicht so, dass ich auf Freyr wütend sein will. Er ist mein Bruder. Er war für mich der wichtigste Mensch auf der Welt. Mein reibes Leben lang. Ja. Ist viel, ey. Wieso hat das jetzt ausgelöst? Hier oben ist ne Kiste? Ja. Solche Pflanzen haben wir vorhin schon gesehen. Frost sollte ihr Gift schnell neutralisieren. Aber wie komme ich da hoch? Von hinten rum? Wir haben zwei. Okay, pass auf. Wir müssen das so machen. Wir müssen die erste einfrieren. Und dann können wir wohl langlaufen. Warte mal. Das kenne ich noch von früher. Manchmal muss man die in der richtigen Reihenfolge. Aber hier bringt es nichts. Damit der Effekt länger hält. Ah, okay. Na dann mach doch mal. Durch das Siegel sollte sie jetzt auch ohne Axt eingefroren bleiben. Interessant. Sehr gut. Ja, das ist richtig gut mit so einer Zauberin. Ah, toll. Oh, na toll. Aber eben nicht ewig. Oh nein. Fast tot. Wie schwach war das jetzt wieder? Was war das wieder für eine schwache Geschichte? Nochmal danke an Martin übrigens für die Rose und das GG. Es ist nicht so, dass ich auf Freya wütend sein will. Er ist mein Bruder. Er war für mich der wichtigste Mensch auf der Welt. Mein selbes Leben lang. Wo ist denn das Mistvieh? Wo ist die, warte mal. Wo ist denn die Pflanze? Da oben. Gräppelfieh, ey. Das war dumm, wa? Warte mal. Wir gehen mal zuerst hier lang. Komm mal hier her. Ja. 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 Hier haben wir noch was übersehen vorhin, ne? Hallo Raff. Cool. Ähm. Ich weiß nicht, was es bei mir hier anzeigt. Solche Pflanzen haben wir vorhin schon gesehen. Frost sollte ihr Gift schnell neutralisieren. Ja, das war dumm. Warte mal. Nochmal. Durch das Segel sollte sie jetzt auch ohne Axt eingefroren bleiben. Ja. Jetzt schnell. Ja, schnell durch. Gehen wir mal hier hinten gucken. Okay, die zweite ist eingefroren geblieben. Mann. Die gehen mir auf Sack. Also ohne Witz. Ja, ist krass, ne? Also Raffi... Bei mir ist wirklich... Bei mir steht nämlich hier raffq.kvir und ich weiß nicht, ob der Nutzername einfach dann angezeigt wird bei mir hier. Ich weiß es nicht, ne? Ist wirklich komisch manchmal, aber... Naja. Mir kommt mit allem klar, sag ich jetzt einfach mal, ne? So. Die haben wir... Ich hab ja bestimmt noch nicht viele Kisten übersehen in diesem Run dieses Mal. Also in dem ersten God of War bin ich ja an ganz vielen Sachen einfach vorbeigerannt. Achtung, das sind Irrlichter. Starke Manifestationen von Runenmagie. Cool, jetzt weiß ich endlich mal, was ein Irrlicht ist. Wir sind immun gegen körperliche Angriffe. Meine Pfeile können ihren Schutzzauber durchbrechen. Ja! Ja! Haur! 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 Was ist das? das ist eine rune ach guck mal dann fällt aber eine rune aus jemals wieder als zuhause betrachten nach allem was passiert ist